jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash mit centus so nein ich weiß was ich machen muss kann ich wieder aufgehen tschau das haus weiter wahn meinst du ja gravel brauche ich ich glaube in den kisten war hier noch gravel drin ja kann sein da war nicht wirklich viel wir müssen das hier noch machen alles du musst schon wieder nein muss ich nicht zu gott gesagt du musst nein glück nicht was denn machen wir natürlich alles so ja wir haben jetzt noch probleme gehabt mit dem server weil die welt nicht starten leute was denn das wieder alles kaputt gemacht hat ja ich ja du wer denn sonst machst du mal alles kaputt immer auf mich schieben sicher doch nein durchs updaten selbst falsch schief gelaufen hast du mir jetzt gerade ein bild geschickt aber das bei mir so steht aha aber du meinst ja der server ist bei dir ganz anders ja bei mir ist er wirklich so so wie war ich jetzt außerhalb verblieben hier muss nur das hin keine ahnung ja mal gucken so wollte ich das mal wie habe ich denn die dinge gemacht okay boah viel zu viel noch ach basalt hab ich noch was jawohl ich habe keine ahnung ob das gerade alles reicht dafür wahrscheinlich muss ich mir wieder noch heute holen warte mal wenn ich FPS probier mal was aus wenn ich es hier mal kurz ausmach Nemo es ist ok so hey uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh n__________________ wo ist er jetzt da warte so 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 das kann auch noch einfach nachdenken so so ich habe das obere auch noch so so leck dir mal bei mir so ein klein bisschen leckt das bei dir in der aufnahme auch oder nur im spiel in der aufnahme sehe ich gerade warum die codierung was soll der scheiß ich weiß nicht keine ahnung was du gemacht hast gacka bestimmt braune klumpige gacka aber nichts dran versteht klein moment leute er hat alles kaputt gemacht ja das geht ja nicht habe ich aber nichts verändert gehabt aufnahme das gleich geblieben da habe ich nichts verändert oder oder das manager jetzt habe ich den ausnahme genommen standard oder irgendwelche blöcke ich stand da glaube ich nicht aber naja wir machen alles kaputt machen wir kurz und stoppen hier auch noch mal starte ich wieder vorne durchgemacht nur die reihe ok schandbar läuft das wieder ok ok kaputt gemacht ich habe heute ja auch noch mal kurz mal gestoppt und wieder angemacht dann warte mal jetzt können wir doch gucken ob wir ob es doch mehr mods gibt ich weiß nicht wie viele seiten es waren scheint so ich meine lava und diese eis blöcke waren nicht mehr steams also streams gibt es irgendwie die lava blöcke die streamste dinger links der pumpster das war da nicht mit drin es war nicht mit drin ne das war da nicht drin komisch warum dass sie mit eingefügt worden ist ich liebe diese musik von stadion ne ich bin da so ob wir es geil nach ich würde sagen hier mal halbe blöcke hm äh naja teilen was das denn zugefügt worden keine ahnung hm 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 das muss ich auch passen da kommt leiter wieder hab ich da überhaupt drin das thema dann irgendwie hat er trotzdem bei mir noch probleme wenn ich eine high shader an habe aber ich glaube das liegt auch eher an der grafikkarte drin ja also ich habe jetzt den motion blue drin ne ich weiß gar nicht was ich vorher drin hatte was hast du für eine grafikkarte drin pff weiß ich nicht ich habe den high ding da drin hm ich weiß nicht was für einen da muss ich nachgucken auf jeden Fall hast du wahrscheinlich eine höheren als ich ja ich glaube mir nicht immer noch die 760er drin ich glaube in acht oder neunhunderter ich weiß nicht was ich nachgucken hm klopp hübs ach was fadouuuch kajuuuken hoi kajuu kajuu kajuuken Kajuken Kajuken? Was? Das tut schon wieder juken oder muss ich waschen? Die Fresse. Das ist ein Aschloch. Was denn? Du hast kajuken. Oder muss ich kajuken? Oh, schlafen! Ja, ich weiß. Schlafen! Ach Mist, sind die Dinge wieder an. Was? Ja, die ähm... You can only sleep at night? Huff! Ich lieg. Oh, ich kann ernten. Oh, ich lieg. Ich kann ernten. Hallo! Ich konnte ernten! Ja und? Ich bin voll im Farmfieber, also lasst mich. Du bist behindert, das ist alles. Ja und bei mir steht oben bei dem oberen Life in the Woods steht da behinderte Kacke. Keine Ahnung warum, bei mir nämlich nicht. Keine Ahnung. Scheiter Müll. Die Muschel brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Kalk erstmal nicht. So, ähm... Ich brauche noch Schwarz und Basalt. Oh! Ich habe da was gesehen. 15 Stück, die klaue ich. Das geht echt nicht. Oh. Oh. Warum gehen die Backpacks bloß nicht? Muss ich klein gehen? Ja, die klein ja. Hm. Keine Ahnung. Oh, Backpack. Was finde ich denn da so drinnen noch? Ach Gott. Elsen, 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 Elsen. Elsen, Elsen, Elsen. Elsen, Elsen, Elsen. Okay. Ich brauche noch ein Blick hoch. Ähm. Ich brauche noch ein Blick hoch. Ich brauche hier hin. Controls. Wie ist F9 Ding? Was ist das denn? Okay. Oh nein. Ein scheiß Baum. Was ist das? Ich hasse große Aufbäume. Oh, jetzt ist er dran. Ist das eigentlich F8? Okay. Lock-Type. Aha. F7 ist glaube ich das Licht-Ding, ne? Hä? F7 ist glaube ich das mit Licht. Ja, F9 ist, dass die Chancen angezeigt werden. Nur da habe ich mal ne Aufnahme drauf. Toll. Aufnahmetaste. Hotkeys. Ein echtes Mal kurz auf... 8. Anwenden. Ich werde nicht, dass auch jemand die Aufnahme unterbrüft. Den Schatz weg haben. Super. Dann ende ich hier wieder auf F9. Fuck. Jetzt war mal wieder ein normales... So, aber heute ist es jetzt ein paar Arbeiten. Okay. Und jetzt komm da immer runter. Oder aufwenden. Das war je weg. Fire Band. Das kostet, dass die Bericht immer noch einen Griff gedrepen� penn csurent wird. Jetzt kommt der Rat in die Start place. Was jetzt risiche damit. findest du wo ich gerne letzten schon mal abbauen eigentlich was den erdaufen das war ja da wo wir schon dann aufgabe erinnert hatten deswegen nehme ich meistens an zum hochstecken das krawall ja wasser ist auf krawall gebürstet wird ja wieder super sein abzubauen also setzt die gleich wieder abbauen ist holz die menschheit braucht holz mein pc gerade generell so ein bisschen oben ist irgendwas offen nebenbei was nervt oder so neben der steam ski der steam ist aus haben nicht viele leute die lassen immer steam auf und denken gar nicht daran das so richtig zu schließen ja ich habe dass eben noch mal geschlossen hatte ja zwischendurch noch auf aber ich habe es ja wieder geschlossen gehabt die aussicht von hier oben da drauf ist sogar ein roh nicht unterfallen ja stehe oben in der baumkrone drin ja das haben wir gleich fertig hier wochen braucht generell sand 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 muss unten die mine reingehen ich wollte ich ne mine mit sand gefunden also eine komische wasserlöcher die hier gar nichts zu suchen haben weg machen das ding jetzt mal zu und dann schaufeln wir drum rum ja bist du ich hätte gerne ja da ja mit angst rohe kalamare gibt es ja auch und futtern muss doch fischen für sondern die fischen für gibt es nicht in der art falle klar fisch ich habe beim letzten mal schon geguckt eine angel drei swings und chest und ding könnte man eigentlich immer bauen ist mir gerade eingefallen weil ich hätte so ein anderes gewisses spiel gespielt und dann gibt es die dinge auch aber das letztens nämlich ja das letztens habe ich doch schon vergessen ja wie immer ist doch ich habe flaschheimer flaschheimer flaschkode einmal bist du ja ich muss die gerade jetzt habe ich keine sauf bekommen gerade vom kode ich mir sowas bildlich vorstellen muss weil du auch behindert bist ist ja kein wunder meins alles meins boah wieso ist so unterirdisch so viel sand so da kommt wahrscheinlich gleich wasser gravel ganz viel gravel ich weiß ja gar nicht warum wir nicht in der wüste angebaut haben irgendwo ich habe immer eine wüste gebaut mit es nie regnet egal schaufel kaputt keine mehr ja genau ach ja ich habe den eben noch vor der aufnahme kurz geendet im baum muss und dann steht er wieder hoch da bist du auf was goldes ja einfach mit pistons dann machen wir es automatisiert schön dass er immer schön der kompost voll ist ja ja wäre kein technologie box sonst hätte man ein register machen kann was denn hätte gesagt okay an der gewisse ist er gewachsen und dann dann ernte ich es ab wenn der wasser ran fließt wird er eigentlich weggeschwimmt na weiß ich auch nicht da musst du ja neu setzen ne ja ne die sache ist ja eigentlich dann nur dafür wenn man wirklich die eine ebene stehen lässt und der vom wasser ja nicht weggeschwimmt wird dass man die items irgendwie in eine richtung schwimmen kann dass sie alle da hinlangen wenn du eine wenn du uns nicht haben wenn du eine reihe nummer hast ne und hinter der zweiten reihe pistons machst drücken die ja nach vorne alles runter fällt kannst du doch mit hopper machen in der nähe weiß gar nicht welche haben was wir hopper wir haben mal heute hopper ähm hopper du great ne karte top ja gucken vielleicht kriegen wir das mit irgendwelchen hoppern schon hin dass man dann vor den also in der zweiten reihe dann vor hopper macht in der hinteren reihe dann halt die pistons machen ich kann ja mal einen eimer machen ich habe einen eimer mit hast du bestimmt irgendwo wasser hier ne da vorne ist auch nur wasser ding ich wollte es generell mal probieren deswegen warte mal ich nehme mir ein wasser vorsicht ja schön tschau bambus ja ich meine sonst hätte das machen so machen können dass da ja das hat rüber ja ja und dann alle items wirklich in eine richtung und das wird schon wieder dunkel ist okay schon wieder bären also ist jetzt hier eine essenskiste ist kann man essen ja ich liebe und jetzt siehst du da oben die heiter da noch sind die müssen noch angefasst werden ja oder ich ich mache so unterirdisch irgendwo was unterirdisch irgendwo so ein kleines labor was was jetzt so unterirdisch machen so ein kleines labor hier drunter unter dem haus da hinten alles in die richtung alles in dem berg alles wo der ganze berg ist perfekt damit ich muss mal natürlich mal schlafen legen ja bin doch dabei legt doch neben dir mein sch hätte ich gar nicht gesehen ouch haut gleich ganz doll zu das böse so hier kann kompost weiterarbeiten um sowas zu essen immer schimpf brotzuli wir müssen echt endlich mal rezepte machen ja dafür brauchen wir noch andere sachen ja bin doch schon dabei die küche zu bauen also kein stress das ist mir hier wieder holz und so ganze Mist machen ähm jetzt zieht trotzdem noch mal so ein bisschen hinterher in der aufnahme keine ahnung rum keine ahnung ja ach ich wollte raufeln machen ach so das ist nicht das wollte ich ja nicht äh hau mit du bist beklappt ach da haben wir ja noch McRaven danke äh da ich hab 36 reichen ich hoffe es mal so spiel bitte mach jetzt kein Mist danke bei ihnen mal Mist mach noch spiel ne ich mach kein Mist bläh Mist bläh du bist Mist das Mist 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 ist bläh 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 Frje hallo B Lele am hallo